guten tag mein name ist konrad huber das thema dieses videos ist was ist eine macula degeneration und wo gibt es für diese schlimme sehschwäche eine nachhaltige und kompetente hilfestellung die macula degeneration abgekürzt amd ist eine schlimme erkrankung in der netzhautmitte des auges und tritt überwiegend bei menschen über dem 50 lebensjahr in erscheinung diese schlimme heimtückische und chronische erkrankung führt oft für die betroffenen zum verlust der sehkraft und zum verlust der lese fähigkeit laut beschreibung auf der webseite des amd netzwerk nordrhein westfalen e.v. ist diese erkrankung eine der häufigsten ursachen für schwere seh einschränkungen allein in deutschland sind laut amd netzwerk nordrhein westfalen e.v. über 4,5 millionen menschen von dieser chronischen sehschwäche betroffen es würde hier in diesem video zu weit führen alle details aufzulisten dies ist auch gar nicht notwendig denn auf den sehr gut gemachten webseiten des amd netzwerk nordrhein westfalen e.v. ist alles ausführlich sehr kompetent erklärt beschrieben und veranschaulicht unterhalb dieses videos stelle ich ihnen die betreffenden links zur verfügung so dass sich betroffene und ihre angehörigen umfassend informieren gleichzeitig zugang zu den kompetenten ärzten und therapeuten finden können damit komme ich in diesem video zum schluss und möchte auch an dieser stelle wieder auf die wichtigen hausaufgaben hinweisen welche im zusammenhang mit der beantragung von frührenten wie berufs und erwerbsminderungsrente sowie schwerbehindertenausweis unbedingt abgearbeitet werden müssen wenn ihr antragsverfahren erfolgreich verlaufen soll diese hausaufgaben finden sie auf meinem privaten und unabhängigen hilfs- und infoportal www.erwerbsminderungsrente.biz sollten fragen auftreten stellen sie mir diese bitte im kontaktformular jede sachliche frage wird von mir beantwortet schildern sie mir ihre probleme es gibt fast immer einen weg beste grüße viel erfolg und auf wiedersehen im nächsten video oder auf www.erwerbsminderungsrente.biz ihr konrad huber